Frauentoiletten sind häufig viel dreckiger als Männertoiletten, sagt man. Aber wie sieht das wohl am Arbeitsplatz aus? Zwei Schreibtische, doch einer davon ist eine echte Bakterienschleuder. Der Schreibtisch von Mann oder der von der Frau? Was glauben Sie? Hier kommt eine wirklich saubere Geschichte. Die WG-Kollegen Ling, Stefan und Lola winden sich vor Schmerzen auf den Boden. Helen, die Neue in der WG, ist geschockt. Was ist hier passiert? Und warum liegt im Wohnzimmer ein Stück Pizza auf dem Boden? Schuld daran sind 15 Fakten zum Thema Hygiene. Also zurück zum Anfang der Geschichte. WG-Chef Stefan bereitet sich auf ein WG-Casting vor. Da muss die Wohnung poren-tief-sauber sein. Stefan eröffnet den Kampf gegen die Bakterien. Mit Reiniger, der Bakterien killt. Stefans Bakterienfimmel. Mitbewohnerin Lola kennt die Macke, aber so hat sie ihn noch nie gesehen. Stefan, was machst du hier? Das Bad putzen, das muss bakterienfrei sein. Das ist viel zu aggressiv. Hat Lola recht? Sind antibakterielle Reiniger überflüssig? Das ist wahr. Die meisten Mikroorganismen im Bad, der Küche oder in der Wäsche sind völlig harmlos. Deshalb sind antibakterielle Reiniger auch unnötig. Sie richten sogar mehr Schaden an, als sie nutzen. Die Desinfektionsmittel gelangen in die Umwelt und zerstören dort das bakterielle Gleichgewicht. Eine mögliche Folge ist die Bildung von resistenten Bakterien. Einfache Reinigungsmittel wie Essigreiniger reichen für die Hygiene im Haushalt völlig aus. Während Stefan wie von Sinnen putzt, trifft sich Lola mit Viggy-Freundin Ling zum Frühstück. Wie immer bleibt was über. Aber wohin mit den Resten? Äh, Lin, was hast du vor? Die Essensröste in den Müll schmeißen. Das vergammelt in den Müll einmal. Das muss in die Toilette. Ist doch logisch, oder? Essensreste gehören in die Toilette und nicht in den Müll. Auf keinen Fall. Dafür sprechen gleich mehrere Gründe. Erstens, der Müll kann den Abfluss verstopfen. Zweitens, die Kläranlagen müssen wegen der organischen Abfälle deutlich mehr arbeiten. Drittens, die Essensreste locken Ratten an. Und die krabbeln auf der Suche nach der Nahrungsquelle die Kanalrohre hoch. Diesen ungebetenen Besuch können selbst Bewohner der oberen Stockwerke bekommen. Das Bad ist sauber. Jetzt ist die Küche dran. Doch was ist das? Essensreste in der Pfanne. Eine Einladung für Bakterien. Das kann nur... Neeein! ...gewesen sein. Manchmal nervt Stefans Hygienetik einfach nur. Was? Was ist das? Mein Mittagessen. Ich wärme es auf oder ich tue es in den Kühlfach. Mach was du willst, aber tu es weg! Also ab damit ins Kühlfach. Weiß man ja, im Tiefkühlfach sterben Bakterien ab. Falsch. Die Bakterien ruhen nur. Ab minus 18 Grad stellen Bakterien die eigenen Lebensprozesse auf Null und vermehren sich nicht weiter. Aber sie sind nicht tot. Taut das Lebensmittel auf, fangen die Bakterien wieder an zu arbeiten. Schon bei Zimmertemperatur legen sie richtig los. Die Bakterienzahl verdoppelt sich dann alle 20 Minuten. Die Wohnung ist tipptopp sauber. Jetzt kann das WG-Casting starten. Für das freie Zimmer bewerben sich Hipster Raphael und Sportstudentin Helen. Begrüßung natürlich mit Handschlag. Nur Stefan macht da nicht mit. Hi. Ich hab's nicht so mit Händeschütteln. Das ist gar nicht böse gemeint. Denn beim Händeschütteln übertragen wir die meisten Bakterien. Richtig, Studien zeigen, im Bauchnabel verstecken sich rund 2400 Bakterienarten. In der Ellenbeuge 3600 und auf den Händen tummeln sich mehr als 4700 unterschiedliche Keime. Wissenschaftler fanden dort Darmbakterien, Salmonellen, Noro- oder Grippeviren. Die Hand ist also eine echte Keimschleuder. Die Weltgesundheitsorganisation WHO hat herausgefunden, dass 80% aller Infektionen in Krankenhäusern durch Händeschütteln entstehen. Das WG-Casting hat gerade angefangen, doch der Favorit ist für Lola und Lin eindeutig Raphael. Die Klamotten, die Tattoos, der Bart. Cooler Typ. Den Bart findet Sauberkeitsfanatiker Stefan einfach nur ekelhaft. Bleibt nur eins. Wenn du einziehen willst, der Bart muss ab. Hipsterbärte sind Bakterien verseucht. Stimmt das? Die Meldung machte in diesem Jahr die Runde. Allerdings, die Behauptung basiert auf einer kleinen Stichprobe eines Lokalradios in den USA. Die haben sieben Proben genommen, mehr nicht. Das hat mit wissenschaftlicher Forschung nichts zu tun. Eine groß angelegte Studie an Bart-tragendem Krankenhauspersonal kommt zu einem anderen Ergebnis. Die Forscher kamen zum Schluss, dass die Bakteriendichte mit oder ohne Bart im Gesicht nahezu gleich ist. Küche, Bad, Wohnzimmer. Helen und Raphael bekommen eine kleine Führung. Diese kleine Rumpelkammer könnte ihr neues Zimmer werden. Raphael richtet sich schon ein und die alte Matratze würde er gleich mitnehmen. Meine Kommode, meinen Tisch und meine Matratze schmeiße ich da auf den Boden und eingezogen. Stefan kann's nicht fassen. Eine Matratze auf dem Boden, das ist unhygienisch. Das stimmt. In der Nacht schwitzen wir bis zu einem halben Liter Schweiß aus. Auch in der kalten Jahreszeit. Und die Flüssigkeit muss irgendwo hin. Liegt die Matratze auf dem Boden, kann der Schweiß nur schlecht verdunsten. Die Folge, die Matratze ist feucht und wird ein Brutherd für Bakterien. Außerdem geht die Matratze schneller kaputt. Hipster Raphael ist raus. WG-Chef Stefan entscheidet sich für Helen. Weil sie ein Auto hat. Die perfekte Mitfahrgelegenheit für ihn. Stefan druckt Helen die Mitbewohner-Vereinbarung aus. Dann kann sie sofort einziehen. Die Studentin ist überrascht, wie penibel sauber sein Arbeitsplatz ist. Ist doch ordentlich. Gar nicht typisch für einen Mann. Na ja, also Stefan ist ja auch nicht so ein typisch Mann. Sind Männerarbeitsplätze wirklich dreckiger? Studien zeigen, Bürostühle, Telefone, Tastaturen oder Computermäuse weisen bis zu dreimal mehr Bakterien auf als ein Toilettensitz. Aber nicht alle Arbeitsplätze sind gleich verschmutzt. Auf Männerarbeitsplätzen tummeln sich üblicherweise mehr Keime als auf denen der Damen. Hängt vermutlich damit zusammen, dass sich Männer seltener die Hände waschen und Frauen viel häufiger ihren Arbeitsplatz abwischen. Während Helen einzieht, macht sich Stefan bereit für den üblichen Nachmittagsausflug. Kommt, wir müssen los. Was? Was, heute ist Mittwoch? Ja, und? Ja, erst Comic-Shop, dann zum Asiaten und du fährst. Steht so eine Mitbewohner-Vereinbarung. Kannst gerne nochmal lesen. Auf geht's. Helen kann es nicht fassen. Aber sie hat unterschrieben, sie muss Stefan fahren, wohin er will. Bevor es zur Tür rausgeht, setzt sich der Bakterienphobiker noch den Mundschutz auf. Übertrieben oder hilft Mundschutz tatsächlich? Ein Mundschutz macht nur dann Sinn, wenn der Infizierte ihn trägt. Dann hilft der Mundschutz, andere Menschen nicht anzustecken. Einfach einen Mundschutz tragen, wie wir das aus Asien kennen, hilft gar nichts. Denn kommen wir mit Keimen in Kontakt, landen die nicht nur in der Mund- und Nasenregion, sondern auch sonst überall. Spätestens wenn wir die Maske abnehmen, gelangen die Krankheitserreger unweigerlich in Nase oder Mund. Keine Chance. Wenn Helen in der WG bleiben will, muss sie Stefan fahren. Doch die bösen, gefährlichen Krankheitserreger lauern überall. Wirklich überall. Bist du verrückt? Das sind überall Bakterien. Leg die nicht auf mich drauf. Tu sie hin, da irgendwo, aber nicht auf mich. Das ist ein Kind. Das hätte Helen wissen müssen. Handtaschen sind eine Brutstätte für Bakterien. Britische Wissenschaftler haben herausgefunden, dass jede fünfte Handtasche so stark mit Bakterien verseucht ist, dass sie eine potenzielle Gesundheitsgefahr darstellt. Denn Handtaschen kommen mit allen möglichen Oberflächen in Kontakt. Außerdem sind sie voll mit benutzten Taschentüchern, alten Kaugummis, getragenen Klamotten und verschiedenen Handcremes. Das alles sorgt für eine bunte Bakterienvielfalt. Deshalb, wenn möglich, regelmäßig ab damit in die Waschmaschine. Und das Bakterienproblem ist gelöst. Erstes Ausflugsziel der Comic Shop. Die Fahrt für Helen ist nicht völlig umsonst. Ein Centstück auf dem Gehsteig hebt die Stimmung der Studentin. Hey, ein Glückssind! Bist du verrückt? Weg damit! Das ist liebend. Genau, denn Münzen und Geldscheine sind Bakterien schleudern. Oder nicht? Das ist falsch. Tests beweisen, dass in den Münzen enthaltene Kupfer tötet Bakterien sogar ab. Und auf Geldscheinen finden sich nicht mehr Bakterien als auf Haltegriffen oder Türklinken. Damit kommt unser Immunsystem unter normalen Umständen problemlos klar. Dennoch gilt, Geld nicht in den Mund stecken. Das ist nicht gerade gesund. Der Comic Shop. Hier denkt Stefan mal nicht an Bakterien und kann völlig entspannen. Comics. Etwas Langweiligeres könnte sich Helen gar nicht vorstellen. Doch was ist das? Stefan spürt ein Grummeln im Magen. Ist er krank? Schnell zur Toilette. Doch wie sieht es hier aus? Furchtbar. Das ist entsetzlich. Hier gebe ich nie wieder einkaufen. Nie wieder. Übertreibt Stefan? Oder sind schmutzige Klos wirklich schlecht fürs Geschäft? Das stimmt, wie die Untersuchung eines Wirtschaftsunternehmens zeigt. Jeder Zweite, der in einem Geschäft schlechte Erfahrungen mit den Toiletten macht, kauft dort nicht mehr ein. Die Kunden setzen schmutzige Klos mit mangelndem Qualitätsbewusstsein gleich. Ist alles sauber, freuen sich die Kunden. Auch die Mitarbeiter sind motivierter und fühlen sich stärker mit dem Unternehmen verbunden. Stefan fühlt sich schmutzig. Das Waschbecken sieht halbwegs sauber aus. Also Hände waschen. Doch der nächste Schock. Das Papier zum Abtrocknen ist alle. Bleibt nur der Heißluft-Handtrockner. Noch mehr Bakterien? Nein. Nein. Nicht mit davon. Denn für Stefan sind moderne Heißluft-Handtrockner reinste Bakterien schleudern. Stimmt. Eigentlich sind die modernen Geräte sehr effektiv. Das Problem, die meisten Menschen waschen ihre Hände nicht gründlich. Die nicht abgewaschenen Bakterien wirbelt das Gebläse dann durch die Luft. Der TÜV Rheinland hat herausgefunden. Durch die Handtrockner verdoppelt sich sogar der Bakteriengehalt in der Luft. Je stärker der Trockner, desto größer die Belastung. Jetzt komm, wir müssen gehen. Was machst du? Nix aus der Atte. Ab nach Hause. Denn nur in seinem Bad, wo alles sauber ist, kann Stefan den Dreck loswerden. In der Wohnung genießen Ling und Lola ihre freie Zeit. Ohne die Mädels zu beachten, läuft der Hygiene-Freak zielgerichtet ins Bad. Heißes Wasser, das braucht er jetzt. Das gibt den Bakterien den Rest. Bakterien werde ich mit heißem Wasser los. Stimmt das? Falsch. Niemand wäscht sich so heiß die Hände, dass Bakterien durch die Hitze draufgehen würden. Es ist daher egal, ob wir unsere Hände mit warmen oder kaltem Wasser waschen. Seife löst die Bakterien von der Hand. Daher gründlich mit Seife waschen. 30 Sekunden Händewaschen mit Seife entfernt 99,9 Prozent der Bakterien und Keime. Am Abend trifft sich die WG in der Küche. Nur Stefan putzt ein wenig. Bis... Oh, voll gut. Oh, eine Sternschnuppe. Wow. Die Leoniden. Die Leoniden sind wieder da. Und wegen der Sternschnuppen rastet Stefan völlig aus. Die Leoniden sind wieder da. Machst die Künste zu. Ja was? Ihr wisst doch auch nicht, dass der Staub aus dem Weltall durch die Fenster zu uns reinkommt. Unser Staub soll aus dem Weltall kommen? Stimmt. Staub ist die Bezeichnung für sehr kleine, im Raum umherfliegende oder rumliegende Partikel. Und ein Teil davon stammt aus dem Weltraum. Der kosmische Staub entsteht, wenn Asteroiden kollidieren oder wenn Kometen der Sonne zu nahe kommen und verdampfen. Treten diese Partikel in die Erdatmosphäre ein, verglühen sie. Übrig bleiben kleinste Teilchen, ähnlich wie Ruß. Feiner Weltraumstaub, der auf die Erde rieselt. Heute Abend gibt es Pizza. Neuzugang Helen gefällt das gemeinsame Essen. Ist doch eine coole WG. Trotzdem, Sauberkeit muss sein. Deswegen kommen die leeren Schachteln sofort in den Müll. Doch leider passiert Helen dieses kleine Missgeschick. Fünf Sekundenregel! Heißt, alles was länger als fünf Sekunden auf dem Boden liegt, darf man nicht mehr essen. Diese Regel, die vor allem Mütter ihren Kindern beibringen, ist falsch. Sie müsste in die Null-Sekunden-Regel geändert werden. Denn 99% aller Bakterien gelangen sofort auf das Essen, das auf den Boden gefallen ist. Egal ob nun gefährliche oder ungefährliche Bakterien. Und die Auflösung des Rätsels vom Anfang? Fünf-Sekunden-Regel! Um das Pizzastück zu retten, springen Lula, Ling und Stefan gleichzeitig los und liegen deshalb stöhnend auf den Boden. Vielen Dank fürs Ansehen. Wir haben da etwas, das könnte euch richtig interessieren. Wenn ihr es wissen wollt, dann klickt hier drauf oder geht auf Galileo.tv.